Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man seine Autobatterie wechseln und somit auch die alte PKW Starterbatterie gegen eine neue tauschen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Unser VW Tiguan lässt sich nach ein paar Tagen immer nicht mehr richtig starten, weswegen wir mal eine neue Autobatterie einbauen werden. Und das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Modellen relativ ähnlich. Bei mir befindet sich diese vorne im Motorraum und zuerst müssen wir natürlich eine neue Batterie bestellen. Und hierfür sollten wir uns am besten auch an der alten Batterie einmal orientieren. Meine hat eine Nennspannung von 12 Volt. Das ist ganz normal bei Autobatterien. Eine Nennkapazität von 59 Amperestunden und einen Kaltstartstrom von 320 Amper. Und laut ADAC sollten wir jetzt eigentlich nur darauf achten, dass die Nennkapazität sehr nah an der Herstellerempfehlung liegt. Also ich habe mir eine gekauft mit 60 Amperestunden. Das sollte auf jeden Fall passen. Und hier hinten die Kaltstromangaben sollten mindestens gleich oder auch etwas höher sein. Meine neue Batterie hat zum Beispiel 540 Ampere, was auch funktionieren sollte. Wichtig ist auch zu sagen, dass der Batterietyp auf jeden Fall gleich sein sollte. Die Pole sollten jetzt auch nicht irgendwie vertauscht sein. Bedeutet auf der linken Seite ist bei mir hier Plus und rechts Minus. Genauso wie es ja auch bei der alten Batterie der Fall ist. Und die Höhe bzw. Breite und Tiefe sollte von der neuen Batterie genauso sein wie von der alten, dass diese natürlich auch dementsprechend in die Halterung wieder hineinpasst. Den Autoschlüssel habe ich abgezogen, alle Abdeckungen auch mal runter gemacht. Und jetzt müssen wir unbedingt zuerst den Minus-Pol lösen. Dieser ist oftmals an diesem Minus hier hinten bzw. auch an dem schwarzen Kabel erkennbar. Und würden wir nämlich zuerst unseren Plus-Pol, welcher an diesem roten Plus bzw. auch dem roten Kabel erkennbar ist, lösen. Dann würden wir im schlimmsten Fall relativ sicher einen Kurzschluss erzeugen, wenn wir mit unserem Werkzeug irgendwie an die Karosserie hinkommen. Und durch den hohen Strom würde sich dieses Werkzeug dann sogar an die Karosserie festschweißen, was wir natürlich auf gar keinen Fall haben möchten. Deswegen mit dem passenden Schlüssel erst einmal die Mutter hier hinten bei Minus-Pol gegen den Uhrzeigersinn lösen. Und wir können die Pol-Klemme auch schon ganz einfach nach oben hin abziehen und schauen, dass wir diese jetzt einfach einmal so verstauen, dass sie natürlich auch nicht aus Versehen hier oben wieder dagegen kommen kann. Der Stromkreislauf ist unterbrochen, weswegen wir jetzt auch mal unseren Plus-Pol gegen den Uhrzeigersinn hier lösen können. Und auch diese Klemme können wir mal ganz einfach sicher verstauen. Bevor wir die alte Batterie einfach entfernen können, müssen wir unbedingt noch die entsprechende Sicherung am Boden lösen. Und können diese dann auch schon vorsichtig entfernen, dass natürlich die Schraube nicht verloren geht. Die Batterie sitzt hier unten noch in einer kleinen Halterung fest, deswegen wird diese mal in die Richtung etwas geben müssen. Und dann können wir diese nämlich auch schon ganz einfach nach oben hin einmal gerade rausheben. Wichtig ist, das Ganze sollten wir wirklich auf keinen Fall kippen. Nicht, dass das Gehäuse irgendwo beschädigt ist und somit auch Säure austreten könnte. Bei der neuen Batterie können wir unsere Abdeckung auch schon mal ganz einfach von den zwei Polen entfernen. Und dann befinden sich normalerweise auch noch zwei solche Transportsicherungen mit dabei. Diese müssen wir auch ganz einfach mal herausziehen. Und danach können wir dann auch schon unsere Batterie nämlich wieder in den Motorraum hineinsetzen. Falls eure Batterie übrigens nicht im offenen Motorraum sitzt, dann habt ihr relativ sicher in der Gegend noch irgendwo einen kleinen Entlüftungsschlauch. Und den können wir jetzt bei unserer Batterie einfach in eines dieser Löcher einmal anschließen. Bei mir ist das aber nicht der Fall, weswegen ich mal meine Sicherung hier unten wieder hinein geben kann. Und danach natürlich noch mit Gefühl festziehe. Für einen optimalen Kontakt zur Batterie empfehle ich euch auf jeden Fall noch, dass ihr mal die Pole und vor allem auch die Klemmen von innen mit zu einem ganz einfachen Schleifpapier noch säubert. Beim Anschließen gehen wir jetzt genau andersrum vor, weswegen wir zuerst mal unseren roten Pluspol anbringen müssen. Und danach noch unseren schwarzen Minuspol. Danach am besten noch eine dünne Schicht spezielles Polfett auftragen, dass unsere Verbindungen auch in Zukunft vor Korrosion geschützt werden. Und wir können unsere Abdeckung auch schon wieder drauf geben. Ich würde sagen, das klingt auf jeden Fall super und somit haben wir auch schon eine Autobatterie richtig gewechselt. Und je nach Automodell müssen wir jetzt aber auch noch diese Batterie anlernen, beziehungsweise auch den Radio- oder Fensterheber. Doch da sind spezielle Videos auf jeden Fall sinnvoller. Wenn du dir für zu Hause eine neue Starter-Batterie für die verschiedensten Automodelle, Polfett oder natürlich auch so einen Steckschlüsselsatz hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.